Ich will ganz viel kochen. Oh, wir sind los. Hallo. Hallo. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde. Das war Daylight. Jo, eigentlich ist noch Bex und Lucy mit dabei. Aber Lucy ist echt verstummt. Bist du schon hier mit am Generator hier? Und Bex? Ja, Bex, da bist du ja. Da ist sie ja wieder, hallo. Ja, da ist die alte da, ne? Ist es der Doktor? Oh, nicht schon wieder. Wir hatten eben schon eine Runde alleine. Oh Gott, jetzt sind wir erst grad schon hinter mir. Ich will nicht mehr. Halt ihn schön hin. Ich geh wieder auf. Du machst das super. So geht die erste Runde doch gut los. Ja, klar doch. So muss das sein. Durch ein bisschen Adrenalinschub, um warm zu werden. So. Naja, wir sind hier faul. Wir hatten ja auch schon eine Runde. Wir sind ja auch schon warm gespielt. So ist das da derecho für möglich. Ich weiß nicht. scaspirat im Niveau. Oh Gott! Auf einmal ist sie der Mackie hinter mir. Oh Gott. Sorry. Ja ja. Oh no. Dann renne ich schon mal die... Ich renne schon mal die Richtung. Dann steck mich schon mal vor in einem Schrank Ich muss mal einen Kopfhörer wegkutschen. Der muss schon ruhig gehen. Ich höre viele Geräusche von Lucy. Welche Geräusche? Ähm, als würde irgendwas die ganze Zeit gegen das Mikro gehen oder so. Ja, weil ich gerade mit meinem Kopf auch an einem Strugglen bin. Okay. So ist es. So, jetzt wird es wieder besser sein. Ja, ich glaube, jetzt wird es aufgehört. Okay. Ich geh auch genau im richtigen Moment raus. Aber ich muss noch aufklären, ob Rohre auf Österreich reichisch Haare heißt. Hä, nee, meine Haare, meine Hoare. Meine Hoare. Hoare. Meine Haare. Ach so, Hoare. Ach so. Melanie hat ja beide Rohre verstanden. Und wir dachten so, hä? Ist das jetzt so österreichisches Lenk für Haare? Die Rohre. Meine Rohre. Meine Rohre. So wie die so schmeichelhaft, wenn man seine Haare Rohre nennt. Nein. So ganz in der kleinen Sintelrohre. Die Rohre. Wimmte schon auf? Ja. Ja. Oh Gott. Ah Gott. Meine Rohre. Oh, yo. Oh. Da kommt wieder die Mech zu. Ja. Tut mir leid, Mech. Komm, geh an den Generator hier. Komm, geh ran. Okay, jetzt rennt sie weg. Jetzt kommt sie wieder. Cool. Komm. Komm. Ich glaube, du brauchst dich jetzt. Hm? Ich glaube, du brauchst dich jetzt ran, Melanie. Sei nicht scheu. Hm. Ich hab jetzt meinen eigenen Generator. Oh. Hast du denn als Frau was eigenes? Oh Gott, der folgt mir immer noch. Schrei nicht so rum. Das machst du sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Ist direkt hinter mir. Wächst irgendwo. Jo, ich äh. Kommt ja nicht zu dieser komischen Kirche und nicht zu dem Tempel oder was das sein soll. Jo, mehr Generator sind. 90 Prozent. Och. Oh ne. Jetzt merkst du eine, die so ein bisschen rumtrollt. Das ist toll. Die setze ich mir mal kurz an den Generator, dann ist sie wieder weg. Ja, dann komm ich halt. Ja, komm mal hierher. Der Killer wirkt grad ein bisschen afkade. Steht einfach nur rum. Okay. Ja, Mech kommt auch wieder zurück. Toll. Ja, Mech, wir haben's verstanden. Du bist... Ja, komm. Könnt ihr doch mal den Moment nutzen und mir aufgeben? Ja, ja, ich komm jetzt zu dir. Ja, ich mach den Generator weiter, weil ich ein Anti-Mate bin. Ach ne, ist alles gut. Die andere läuft irgendwie auch rum. Jaja, die andere, die macht irgendwie nichts. Hab ich festgestellt. Ist schon wieder so eine. Ach nooo. Boah, was war das denn? War das für ein Trick oder was? Oder kam er in dem Moment wieder zurück? Es wird echt lustig, wenn er genau in dem Moment zurückgekommen ist. Ich glaub, er ist wirklich genau in dem Moment zurückgekommen. Wer folgt mir? Ne, er folgt mir glaub ich nicht mehr. Vorsicht, er läuft wie gesagt in die Arme. Ne, ich hock hier in meinem Busch. Okay. Ich schütte mich nicht. Geh in den Busch. Dann mach ich mal nen Generator. Wo ist der alte Sack? Er sucht Mech. Hm. Mech kommt schon zu mir. Alles cool. Ah, Mech. Ich bin ihm grad eben die Arme gelaufen, aber... Ah, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ha! Mech. Ich interessiere ihn nicht. Interessiert sich nur für die hübschen Frauen. Oh. Häng es doch auf. Wie hübsch. Ich hab's gesehen. Der ist wie in meinem Busch. Häng es. 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 B-lastend. Die ist direkt neben mir. Ich hab jetzt die Hälfte des Generators. Es dauert nicht mehr lange. Haltet durch. Ganz am Rand irgendwo. Glaub ich. Ganz am Rand irgendwo. Ganz am Rand irgendwo. In der Nähe vom großen Haus. Äh, so ein Pavillon ist auch neben mir irgendwo. Scheiße. Oh, hallo. Hab ich nicht. Ah ja, geil. Hello. Warte mal, ich mach's nicht mal schnell gesund. Ach so, ja da. Oh, er kommt zu. Schütz, er kommt. Zieh, dass durchkommt. Ne, 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 das schaffen wir nicht. Das schützt wir nicht. Keiner Feigling. Das schaffen wir nicht. Ich snip. Hauptsache erst mal in den Schrank gehen. Oh, scheiße. Mein Gott. Gestunt Beach. Dann mach ich den Generator weiter. Ja. Ich versuch ihn wegzulenken. Das hab ich kurz geprüft. Aber er folgt mir nicht. Er folgt mir nicht. Boah. Ja, er folgt jetzt bestimmt nicht. Ja, ist nicht wie ich hier. Der hat einfach den Generator kaputt. Er will diesen Generator jetzt glaub ich auch nicht fertig gemacht sehen. Ich hol die Mech. Hey, was mach ich hier denn? Die Mech hängt. Ich hab keinem mitbekommen, dass die Mech hängt. Ne, er läuft mir auch nicht hinterher. Ah, shit. Ne, er campt wirklich diesen Generator. Er campt den Generator. Ach man, der war doch fast fertig. So ein Scheiß. Dann geh ich jetzt an den anderen Generator hier. Das wär zu schön gewesen. Das wär zu schön gewesen. Ich seh dich da neben mir. Hä? Für mich? Ich seh dich da neben mir. Du bist an dem Generator neben mir. Ich heil die Mech hier. Oh. Mech. Ich glaub die Mech wird dich holen. Ich hab mich hier mit mir gerne. Ach, alles gut. Mach mal den Gen. Genau. Ich hab Adrenalin, also. Sag Bescheid, wenn sie dich nicht holen kommt, ne? Ja. Da kommt. Ja, da kommt er. Ja. Okay, versuch mal hier vielleicht den Gen fertig zu machen, wenn er jetzt da hinten ist. Wenn ich es schaffe zu dir zu kommen, dann ja. Scheiße, er hat mich im Busch gesehen. Oh oh. Oh, ich hoffe der Generator ist noch nicht zu weit runter gegangen. Scheiß Busch, ey. Nee. Nee, aber ehrlich. Ich hab nichts mehr an Vertrauen. Nicht mal mehr an. Ich hab ja bei Herzschlag. Oh weh, ach so. Oh Gott, der ist außen rum gelaufen. Ich hab's nicht getan. Okay, los zu dritt, Mädels. Oder auch nicht. Ah, hier kann man nur zu zweit dran sein. Ja, auch wieder mal. Okay, wir ziehen das jetzt schnell durch. Wir ziehen das jetzt schnell durch. Wir werden das nicht schaffen, aber... Es ist schön, wie du auch immer Struffle sagst. Ja. Der Insider. Oh, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Ja, wir schaffen es. Wunderbar. Es gibt davon nur kein Nöd. Geil. Hier läuft keine Aufwand. Kein Nöd, kein Nöd, kein Nöd. Nee? Nee. Sehr gut. Oh nee, was macht die Mech? Hä? Wow, Mech. Danke dafür, Mech. Oh, du bist jetzt tot. Ja, weib dich auch. Ja, wegen der Mech. Ich bin nur wegen der Mech gestorben. Wenn sie mich angucken musste, neben ihm. Was für ein Arscher. Ich sag's doch, die ist Kacke. Ich hab's ja gesagt. Du brauchst nicht Stifli jetzt noch für Lachen. Wobei ich ihm eigentlich keinen weiteren Kill gönnen möchte. Nee. Ja. Ich gönn's ihm ja auch nicht, aber ich gönn's der Mech, dass es stimmt. Ja, das stimmt, dass du dich auch irgendwie gönnst. Also mein Ausgang ist auf. Oh ja. Ich hab einen Minuspip wegen der Mech bekommen. Wo ist denn dein Ausgang? Der ist da, wo der Jan noch angegangen ist. Da in der Nähe. Ah, okay. In der Nähe von einem Haus. Oh ja, er ist bei mir. Ich geh zum Mech. Also Vorsicht, er ist noch hier. Aber du hast ja geheilt, okay. Dann ist ja alles gut. Oh ja, ich bin da. So, ähm, Lucy was macht, was macht die Mech? Die Mech, die ist draußen. Die slidet bei mir hier grad so cool raus. Er hatte Overcharge, so. Ja. Hm. Naja, aber das gibt doch ganz gut Punkte. Aber warum musste die Mech nicht holen? Weil sie scheiße ist. So. Doch. Direkt richtig aggro. Naja, komm. Oh, was hab ich eigentlich? Aha, aha. Okay, ja cool. Das war jetzt die Warmwertrunde. Jetzt gleich geht's richtig ab, würde ich sagen. Da dackeln wir fürs Zuschauen. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So richtig begeistert. Tschüss.